Verdammt! Scheiße! Und was? Die Taxistation brennt auch? Nein! Leute, ich kann euch schwören, Dimitri ist auf jeden Fall dran. Michael Faustin ist nun nicht mehr. Ja, im letzten Part haben wir ihn auf dem Dach seines Clubs ermordet. Und das im Auftrag von Dimitri. Ich hoffe mal, dass sich daraus jetzt nichts Heftiges entwickelt. Aber das werden wir noch sehen. Wir haben jetzt erstmal ein paar SMS'n bekommen. SMS'n, sagt man das so? Keine Ahnung. Von wem ist das jetzt eigentlich? Ein eiskalter Motherfucker wie du. Ja, Pussy, von wem sonst? Wie du könnte gut Cola als Ordnungshüter verdienen, Alter. Die Cops vergeben ihre Arbeit jetzt an Subunternehmer. Weiter. Siehe nächstes Mal nach, wenn du einen Polizeicomputer hackst. Pussy. Ja. Das ist deine Nebenmission hier in GTA 4. Werden wir natürlich noch machen. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Von Pussy. Auch nochmal. Alter, komm zu meiner Bude in Boa Boa. Bleib Alpha. Pussy. Oh Mann. Also der Typ, ich hab's ja schon im letzten Part erwähnt, ist wirklich wie so ein klassischer Fitnessstudio-Gänger. So ein richtig cooler Kerl eben. Aber wir haben ihn ja schon ganz schnell in die Schranken gewiesen. Ob's ein cooler Freund wird von uns oder nicht, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber ich glaub, so ein Kumpel braucht wohl niemand. Oh, und Dimitri ruft uns an. Ja, der wollte uns ja auch noch anrufen. Dimitri, du hast mein Geld? Ich habe es. Mimmi at the warehouse of Maganesh is Delta Broker. Come along. Alleinkommen. Russian Revolution. Okay. Ah. Also die Mission startet sofort. Und wir hatten nochmal einen gerufen mit Little Jacob. Drift dich mit Little Jacob in East Hook. Aber finde ich jetzt krass, dass er mit mir kommen möchte. Also offenbar geht da was nicht mit rechten Dingen zu. Und Little Jacob hat auch ein bisschen Angst um uns. Finde ich auf jeden Fall eine klasse Aktion von ihm. Scheint wohl ein richtig cooler Dude zu sein. Und auch ein Freund. Aber warum hat er Angst? Ich meine, Dimitri, wir haben ihm ja geholfen. Es dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Wir wollen jetzt nur unsere Kohle holen und uns aus dem Staub machen. Okay, ich dachte schon, das wäre jetzt schon eine Wache. Aber warum dann hier auf so einem... Ja, auf so einem verlassenen Ort? Und ohne irgendwie... ...noch jemanden mitzunehmen? Da hat Dimitri ja extra am Telefonat darauf hingewiesen. Komm allein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich weiß nicht, was ich nicht mehr wissen, was ich da war. Hey, Nico. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ja. Du hast das Geld? Ja. Aber ich wollte nur sagen, wie ich und meine Bossen sind, für was du gemacht hast. Gut. Ja. Und ich wollte nur etwas probieren. Okay. Du bist Nico Bellic, richtig? Was ist das? Und du arbeitest auf der Mediterranien. in Italien, in Italien, in Italien. Ich weiß nicht, was du sprichst. Aber du hast du ein bisschen verletzt. Und du hast ein paar Schmerzen. Du hast ein guter Freund von mir aus dem Haus. Big time. Hallo, Nico. Hallo. Mr. Bulgarin. Ja. Wo ist dein Geld? Ich weiß nicht. Ich habe nicht verletzt. Wir haben wirklich. Wir waren ein Meter auf der Straße. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. My heart was bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Ubrillo. Scheiße. Ja. So ist er also, Dimitri. Erledige Bulgarins Männer. Bleibe entdeckigen. Um blind zu feuern. Oh, und die Ballerei geht sofort los. Alter. Oh, die sind aber stinksauer, du. Und hier vorne ist eine Schutzweste. Die will ich mir auf jeden Fall grabben. Ey, manchmal wäre aber auch schon so eine Sniper ganz geil. So, ich brauche doch nicht in Deckung zu gehen. Ja, das denke ich auch. Wir erledigen jetzt erstmal hier. Wir machen den Laden platt. Oh, hier sind Monodorf-Cocktails. Sehe ich gerade. Alter, was geht denn hier ab? Ist ja ein übelster Hammer. Mann, ey. Was sind denn die? Ah, hier flüchten die beiden. Ja, das hättet ihr nicht erwartet. Verdammt. Auch noch die Bullen. Lass uns mal die ganzen Waffen hier aufsammeln. Shit, ich dachte jetzt, ich hätte mich eigentlich verpiss hier. Drücke Q, wenn du einem Fahrzeug nah bist, um hinter ihnen Deckung zu gehen. Ja. Komm schon. Baller die ab. Ja, wir nehmen mir so ein Kopffahrzeug am besten. Komm, 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 komm. Los, 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 los. Steig ein. Shit. Oh nein, jetzt haben wir auch noch einen Platten oder was? Verdammt nochmal. Komm schon, komm schon. Vielleicht können wir den abschütteln. Auch wenn es schwer ist. Oh Gott. Aber es sieht gut aus. Ja, ich eigentlich auch. Bei dem Scheiß da gerade passiert ist. Hast mal ein anderes Fahrzeug hier holen. Oh Gott. Ja, ich bin der Engel. In der Flache sind wir die Baste. Das ist, die in der Flache. Ich wusste nicht, dass Herr Ballger was hier in der Flache. Wenn ich mich alle in der Frache Oh ja, Dimitri hat uns eiskalt verraten Das war jetzt ein Hammerschlag, muss ich wirklich sagen Hätte ich auch nicht erwartet Aber wir wissen jetzt Bescheid und wir sind wirklich nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, es hätte auch viel schlimmer enden können Puh, 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 die Story geht jetzt richtig ab hier von GTA 4 Und Little Jacob Das wissen wir jetzt, ist wirklich ein richtiger Freund Hat uns voll den Rücken gedeckt Also wir werden auf jeden Fall verreckt Dort drin, ne Das ist ganz klar, du kannst Roman anrufen Um ihn über die Situation zu informieren Ja, das machen wir auch mal Rufen wir mal Roman an Oh shit, fahr zu Roman Roman Sorrow Also gleich geht's wieder in die nächste Mission sogar Ich wollte ihn jetzt einfach mal über den aktuellen Stand der Lage informieren Aber er hat geflüstert Und das heißt wieder mal nichts Gutes Ich hoffe mal, der Arme ist jetzt nicht schon wieder entführt worden Noch von Dimitris Schergen Das wäre jetzt wirklich das Schlimmste was passieren könnte Dass er uns jetzt Ja, mit Roman Irgendwie noch in die Falle Kriegen will Oh Mann, ey Wo ist er denn jetzt eigentlich? Der Roman Ach, hier oben Okay Oh Gott Ah, sorry Da waren die Bremsen nicht gut genug Okay, wo ist er denn jetzt hier? In welcher Gasse? Aha Im Kofferraum? Was machst du denn da? What are you doing in there? I got scared People started calling the house and hanging up You weren't answering your phone What happened? We've got a big problem Dimitri was not a man of his word So we're dead More or less Everything was fine before you Yes, yes Fine, now this Thank you Thanks a lot It's Vani Nebidna What's done is done Yes But there's a bigger problem What? That guy I owed money to Bulgarin Yes Guy in Europe Who lives by the eight red Yeah, yeah He's here now Great I'm sorry I've ruined your life No, don't be like that We can find a way out of this Bunch of idiot Russians I will kill Every one of them No That's exactly what you won't do We don't have time for revenge We can't afford it What can we afford? We can lay low And start over Please Come on Let's go back to the apartment We can pick up our stuff And then get out of here I'll call Mallory She might have somewhere we can hide out Das hätte ich jetzt gar nicht von Roman so erwartet Dass er jetzt Ja Jetzt möchte er, dass wir uns verziehen Und so ruhig bleibt vor allem Not a fool Listen, me and Nico are in a bit of trouble Need to get out of Broker a few days Any of your cousins have a place we could use out in Bower? You're an angel Beautiful and kind I love you We'll see you there Maybe things are not so bad This I did not expect I was thinking about getting out of the cab business Last night I had a dream Really? Yes You and I had a place of our own A place where people come to eat and relax A classy place None of this fast food diner bullshit We own a real restaurant A town It's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down Not now, but In the dream you've met the right woman She's beautiful You're like my mother In the dream Mallory and me are married Everything is perfect This could be the start of that A fresh beginning All I know is we have to get this What the hell? Was? Nein Ich hab jetzt schön auf den Dialog geachtet und unsere Hütte brennt Du Scheiße Das war's für die Hütte Oh man Leute, ich kann euch schwören Dimitri ist auf jeden Fall dran Okay, aber wir haben jetzt noch einen Notfallplan Mallory hat offenbar irgendwo eine Hütte in Bohan Das heißt, wir haben jetzt vielleicht sogar einen Inselwechsel Wäre auf jeden Fall ganz cool Scheiße, und was? Die Taxi-Station brennt auch Nein Ich hab nichts mehr Nicht mein Haus, nicht mein Geschäft Nichts, ich hab's alles Ich bin sorry, Roman Ich bin wirklich sorry, aber wir müssen gehen Wir treffen Mallory und Bohan Wir haben immer noch sie Und du Für all das gut, was du mir getan hast Fahr nach Bohan Ja, hoffentlich geht es Mallory auch noch gut Alter, einfach Alles in Schutt und Aser You don't, because it was easy for you You had it all from day one It took me months to get some cash together Finally I bought a cab And then another Then I got the depot I slept under my desk at that place for over a year Then I got the apartment The apartment you thought was so shitty Well, it doesn't matter And now it's gone, along with everything else I said I was sorry You have a lot to apologize for Since you got here I've had my computer smashed I've been beaten up I was kidnapped And then shot in the stomach My apartment got burned down And so did my business Things have been going so great Just great since you showed up You remember that time When we went to the bar back home I found it raised to the ground Just a pile of rum Everything smashed Except for that warm bottle of vodka Yeah, we sat down and finished it off there in bed Wait, wait I don't want to talk about back home We're here in America And I should be thinking about my life here My life Which is ruined Just drive Shut up Drive Hey, beautiful What's up? No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies Nicole's wearing this new cologne Yeah, trying to impress Michelle or something They're coming to your cousins Are you there? Great See you in a bit, beautiful My dream? It was just that A dream I can't have the tavern now I have nothing to buy it with I have nothing I told you You still have Mallory But I wanted to really have her I wanted to marry her You can still do that I had bought her a ring That is what I wanted to show you It was A beautiful ring It was bloody Now I have nothing Come on Roman, pull yourself together You've been here before Positive mental attitude Come on At least they want me dead And not you I do not think it will be much difference to them, Nico One dead Balik Will give them a little bit of happiness While they wait for next I do not care though We are in this situation We must deal with it Bring on Bohan Okay Ja Roman hat wirklich alles verloren Und es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid um ihn Und Nico weiß auch, dass er extrem Scheiße gebaut hat Aber gut, wir kommen zumindest hier unter Bei Mallory, beziehungsweise ihrem Cousin Villain Again Not so bad I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub Aber das sieht gut aus. Ja, gut. Was ist, was ist, was ist? Was ist, was ist, was ist? Wo soll ich anfangen? Ich beginne mit dir. Was ist mit dir? 15 Minuten ago, du warst in Angst, weil du nicht wusste, was passieren. Jetzt, du wissen, alles ist schade, und wir werden uns getötet, und du bist so schade. Ich verstehe nicht. Ich glaube, ich bin optimist. An idiot, not an optimist. I was bored of Broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, yeah, thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? March. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, Papi. And have a shower. You smell a little, um, mature? So, I guess we start again. Sure. I'm going out. Du hast die Mission Roman Sorrow beendet. Ja, ein kleiner Erfolg. Du hast jetzt ein Versteck in Bohan. Okay, wir sind jetzt hier oben. Alles klar. Also haben wir jetzt die Insel gewechselt. Sehr, sehr nice. Ja, ein Neuanfang hier in GTA 4 mit Nico und Roman. Ob das ein guter Start wird, das sehen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao. Euer Besix.